Heute im Make-Rist Nählexikon B wie Bügellineal. Und wir wollen ja hier im Nählexikon für euch nicht nur Nachschlagewerk für irgendwie Themen und Begriffe sein, sondern wir wollen auch unbedingt ein paar kleine praktische Helferlein für euch nochmal ein bisschen beäugen und gucken, wie sinnvoll sind die, was kann man damit machen. Und da bin ich immer wieder unfassbar froh, dass wir in diesem Format unseren tollen Partner Prim haben, denn die liefern uns die tollsten Produkte, die wir euch zeigen können. Und eins davon habe ich eben heute mitgebracht, das Bügellineal. Das ist dieses Schmuckstück hier und es sieht vielleicht erstmal ein bisschen aus wie so ein lobbeliges Papier, aber wenn ihr seht, was das Teil eigentlich macht und wie es euch beim Nähen und auch in euren Nähskills und in der Sauberkeit und Exaktheit weiterbringt, dann habt ihr bestimmt Lust, das auch mal auszuprobieren. Wie immer, wir fangen ganz von vorne an und schauen uns dieses Gerät im Detail an. Beim Bügellineal von Prim ist der Name Programm. Es ist tatsächlich einfach ein Lineal, über das ihr bügeln könnt, was also hitzeresistent ist und es kommt in so einer Packung und es ist eben eigentlich nicht nur eins, sondern es sind zwei und die habe ich euch natürlich schon mal ausgepackt. Diese beiden hier, wir haben das niedliche kleine und dann hier ein großes. Die Maße stehen drauf, wir sind hier so beinahe knapp 30 Zentimeter und in der Breite sind wir bei 10. Das Ganze ist ein bisschen kleiner. Je nachdem, was ihr vernäht, werdet ihr euch dann eben fürs Große oder fürs Kleine entscheiden. Und wir gucken jetzt noch mal ein bisschen genauer hin, was da eigentlich alles für Markierungen und Löcher drauf sind, denn die helfen euch sehr bei der Benutzung des Lineals und dann gucken wir natürlich auch, wo ihr das ganze Stück benutzt. Beide Lineale sind mit Markierungen ausgestattet. Die gucken wir uns mal als erstes an. Wir haben hier Raster drauf gezeichnet. Ihr seht, dass diese durchgezogenen Linien hier horizontal verlaufen. Wir haben hier auch so ein paar vertikale Linien, die sind gepunktet. Dementsprechend die Horizontalen seht ihr hier ein bisschen besser und auf der Rückseite haben wir dann eben entsprechend dazu die vertikalen Linien, die man besser sieht. Trotzdem sind auf beiden Seiten Raster, das heißt, ihr könnt auf beiden Seiten arbeiten, wie ihr möchtet, nur habt hier eben diese Hilflinien mal deutlicher sichtbar und mal nicht so deutlich sichtbar. Und diese Dinger helfen euch eben sehr dabei, das Stück anzulegen. Also es geht zum Beispiel darum, wenn ihr Säume näht, dass ihr dann eure Stoffkanten sauber an diese Linien legen könnt und so sauber bügeln könnt und saubere Falten einbügeln könnt. Dafür sind diese Linien super praktisch. Und das Schöne daran, dass eben die beiden verschiedenen Seiten auch verschiedene Linien haben, ist, dass ihr unterschiedliche Projekte damit bearbeiten könnt. Natürlich haben wir das große und auch das kleine Lineal, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem, weiß ich nicht, an einem Vorhang sitzt und wollt einen Vorhang kürzen und dann säumen, dann ist das hier wahrscheinlich die Seite eurer Wahl. Ihr führt den Saum immer wieder hier unten an diesen Linien entlang, so dass ihr wirklich dann auch diese Strecke von fast 30 Zentimetern auch entspannt bügeln könnt und dass ihr immer wieder ein langes Stück bügeln könnt, was ihr dann vernähen könnt. Wenn ihr nun aber zum Beispiel ein Hosenbein kürzen wollt, dann braucht ihr eben nicht diese lange Strecke, die passt da gar nicht rein. Da würdet ihr einfach die Rückseite benutzen. Die passt nämlich ganz einfach ins Hosenbein herein und ihr könnt hier die Kante entlang führen und da eben entlang bügeln und euch wunderbar einmal drum herum arbeiten. Noch einfacher reinzukriegen ist natürlich dieses kleine Bügellineal, aber hier habt ihr wiederum dann eine etwas längere Strecke. Müsst ihr gucken, was besser passt. Dann sind sehr praktisch bei unserem Bügellineal, dass da auch kleine Löcher bzw. Schlitze eingearbeitet sind. Von Weitem sieht man die gar nicht so sehr, aber von nahem seht ihr, wir haben eben auch Schlitze, die horizontal und vertikal ausgerichtet sind. Das heißt, ihr könnt Markierungen als kleine Striche machen und die sind dann eben quer oder hoch gestellt. Und das ist sehr praktisch, wenn ihr eben auch noch andere Sachen machen wollt oder eure Säume erstmal sauber anzeichnen wollt. Je nachdem, wie viele Arbeitsschritte ihr machen wollt, könnt das Ding euch eben helfen. Und dafür könntet ihr beispielsweise jetzt, wenn ihr erstmal einen Saum anzeichnen wollt und den dann sauber umlegen wollt, das Lineal anlegen, euch die Kante hier in diesen Markierungen gerade sichtbar hinlegen und dann einfach oben eine Linie ziehen. Oder ihr könnt andersrum auch diese Kante bündig mit eurer Stoffkante legen und dann mit einem Stift wirklich in diese kleinen Löcher rein und Markierungen ziehen. Also ihr habt viele, viele Möglichkeiten und könnt damit sehr vielseitig eure Stoffe markieren. Wir wollen mit dem Bügellineal natürlich feine und saubere Kanten bügeln. Das heißt, wir brauchen einen Gegenstand, der auch nicht sehr stark ist, also nicht sehr dick ist und zwar in dieser Richtung. Weil, wenn ihr euer Bügellineal eben in eine Falte reinlegt, in eine Kante, dann soll die ja möglichst glatt liegen und dann wollen wir nicht, dass der Stoff sich da so drum herum legt, weil es eben ein dickes Lineal ist, sondern dass der wirklich flach drauf liegt. Und dementsprechend haben wir hier eben dieses Material, was sehr, sehr dünn ist. Ihr habt vielleicht vergleichsweise ein dickeres Papier, aber es ist noch nicht mal wie Tonkarton oder so, sondern noch schmaler. Und das Ganze ist extrem resistent. Also es ist reißfest und das Bügeleisen kann dem Ding nichts anhaben. Also ihr könnt da drüber bügeln und das Ding sieht immer noch aus wie neu. Das hier habe ich tatsächlich sogar schon benutzt. Wie gesagt, das Bügellineal ist fantastisch für Säume aller Art, sei es jetzt bei Kleidung oder bei Deko-Gegenständen, Vorhängen, was auch immer. Aber ihr könnt noch viel mehr mit dem Bügellineal machen. Und das eine habe ich zum Beispiel auch schon gesagt, ihr könnt Markierungen wunderbar einzeichnen, euch Linien parallel sehr schön einzeichnen. Ihr könnt aber auch die Linien gar nicht in das Schnittteil zeichnen, sondern auch außerhalb des Schnittteils, zum Beispiel, wenn ihr Nahtzugaben anzeichnen wollt. Da könnt ihr dann beim Zuschnitt oder bei der Arbeit mit dem Schnittmuster einfach euer Bügellineal anlegen, könnt gucken, dass euer Schnittteil eben hier in den Markierungen erscheint und könnt dann oben einfach eine Linie für eine Nahtzugabe ziehen. Das ist auch, finde ich, ein sehr schönes Feature, wo euch diese ganzen Löcher sehr gut beihelfen. Außerdem könnt ihr mit dem Bügellineal wunderbar ganz gezielt Falten einbügeln. Und da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwelche Knicke und Knitterigkeiten einzubügeln, sondern zum Beispiel bei Blusen, die hier oben Biesen haben. Es gibt ja öfter mal, dass hier auf beiden Seiten der Knopfleiste so kleine dünne Biesen entlang laufen. Es können auch dickere Falten sein. Und da macht sich das Bügellineal sehr, sehr hilfreich, denn ihr könnt das eben an der Stelle einfach immer wieder in euren Stoff einfalten und mit dem Bügeleisen drüber gehen und wirklich saubere Falten einbügeln, weil ihr eben das Lineal gar nicht rausnehmen müsst, bevor ihr bügelt. Lohnt sich also sehr, das mal auszutesten. Und das Bügellineal ist ein wunderbarer Helfer für euch, wenn ihr gerne Hemden oder Hemdblusen näht. Da haben wir ja hier vorne immer diese wunderschönen Knopfleisten, sei es jetzt nur eine Zierleiste oder wirklich eine Knopfleiste mit Knöpfen und Löchern. Da muss man ja sehr oft viele Schichten sauber aufeinander bügeln. Es muss alles parallel liegen, es muss alles glatt sein, die gleiche Breite haben. Und da ist das Bügellineal wirklich ein großer Helfer, weil ihr auf jeden Fall schon mal hier diese ganze Länge habt, mit der ihr euch hier runterarbeiten könnt. Das heißt, da ist schon mal für ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit gesorgt. Und wenn die Knopfleiste schon mal genäht ist, also die Leiste an sich, dann brauchen wir auch noch Knopflöcher und Knöpfe. Und für die Knopflöcher ist das Teil nämlich auch besonders hilfreich, weil ihr damit auch eben mit diesen Rastern und mit Hilfe der Schlitze, die da drin sind, ganz sauber anzeichnen könnt, wo eure Knöpfe sitzen müssen. Denn da ist ja wirklich sehr wichtig, dass die auf der Knopfleiste einerseits mittig sitzen, aber dann natürlich auch in den richtigen Abständen zueinander. Und da ist dieses Messinstrument wirklich Gold wert. Wenn ihr öfter im Nählexikon vorbeischaut, dann habt ihr vielleicht auch schon das Video zum Handmaß gesehen. Und werdet jetzt denken, ganz viel, was sie da erzählt, hat sie beim Handmaß auch schon erzählt. Ja, natürlich, das Handmaß ist ja auch quasi ein Messinstrument, eine Art Maßband, bisschen handlicher und hilfreicher für andere Stellen. Und damit haben wir es beim Bügellineal auch zu tun. Ich arbeite ja auch gerne mit meinem Mini-Handmaß und das hat ungefähr die Maße von diesem kleinen Bügellineal. Also die Dinger haben schon relativ ähnliche Aufgabenbereiche. Diese Knopfleiste kann man auch wunderbar mit einem Handmaß anzeichnen. Hier ist aber eben der große, große Vorteil, dass ihr das Ding nicht kaputt machen könnt. Und das ist ja etwas, was ich auch im Handmaß-Video euch gezeigt habe. Ich habe mein Handmaß tatsächlich schon mit dem Bügeleisen angesenkt und da sind schon die ersten kleinen Markierungen mir weggeschmolzen. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich euch heute das hier zeigen darf. Denn bei dem Ding könnt ihr eben die Aufgaben, die ihr da mit einem Handmaß erledigt habt, auch relativ easy erledigen. Und habt keine Angst, dass euch das einfach wegschmilzt, weil es eben genau dafür gemacht ist, dass man mit dem Bügeleisen darüber geht. Wie immer gibt es alle Infos. Zum Produkt und natürlich auch das Produkt selber für euch unter diesem Video verlinkt auf der Themenseite. Da habe ich dann auch noch das Handmaß für euch mit verlinkt. Vielleicht verlinke ich auch das Handmaß-Video, wenn ihr das noch nicht kennt. Denn das ist auch eins meiner Lieblingswerkzeuge beim Nähen, was wirklich hilft, sehr viel sauberer zu nähen. Und dann hoffe ich, wie immer, dass ihr euch natürlich erstmal rüberklickt. Vielleicht drüben auch noch den Makerist Newsletter mitnehmt. Das lohnt sich auch. Und dass euch das Thema und das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, Wünsche, Anregungen oder auch Erfahrungen schon mit dem Bügellineal gemacht habt, dann lasst mich das unbedingt gerne unten im Kommentarbereich wissen. Ich finde es fantastisch, wie viel ihr kommentiert und wie ihr euch auch teilweise wirklich gegenseitig helft. Das ist eine sehr schöne Community und es macht sehr viel Spaß mit euch, hier die Themen zu diskutieren und auch Problemstellungen durchzudiskutieren. Also keine falsche Scheu, der Kommentarbereich ist für alle da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!